moin leute und willkommen zu einem neuen let's play auf meinem kanal wir werden heute mal eine runde minecraft spielen warum werden wir minecraft spielen weil minecraft 1.11 raus ist was ihr nicht sehen könnt weil meine webcam facecam da unten links in der ecke ist aber es ist minecraft 1.11 könnt ihr mir glauben ach was ich gar nicht geguckt habe ist ob es 1.11er specks schon gibt weil ich habe einfach das 1.10er genommen und wir hoffen mal dass das so alles klappt wir erstellen eine neue welt wir nennen diese welt einfach mal youtube oder youtube bonustruhe mache ich an weil ich mir nicht sicher bin ob damit nur die bonustruhe am anfang gemeint ist oder auch die truen in dörfer tempel und festungen ich weiß es einfach nicht deswegen mache ich das einfach mal an und wir hoffen auf eine schöne startwelt am besten mit kühlen was warum hatte ich kurz eine spitzhacke in der hand ich sehe schon mal schafe das heißt wir haben schon mal und da hinten sehe ich schon mal zwei kühe oh mein gott das ist doch ein einigermaßen annehmeres startgebiet stirbkiste wir haben ein brot wir haben eine spitzhacke wir haben ein apfel wir haben eine spitzhacke das heißt wir können uns direkt da hinten am berg steine kloppen stein werkzeuge machen und 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 erst mal ein bett machen ist das nicht ein plan ich denke das ist ein plan so steine brauchen ungefähr acht stück für den ofen zwei für ein schwert 13 wir haben auch eine axt das ist ja wunderbar dann gibt mir mal ein bisschen holz noch mal eben auf die schnelle die errungenschaften werden wir weitestgehend auch machen ich habe noch nie alle errungenschaften erzielt geschweige denn will er gekillt oder soll das werden wir mal auf jeden fall versuchen angriff zu nehmen wir haben eine kiste platziert so wir machen einen ofen wir machen vier stöcke acht stöcke da 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 wunderbar wir machen ein schwert wunderbar und die die errungenschaften fliegen hier nur so oder erfolge ja 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 feld machen wir gleich irgendwann fertig eine spitzhacke aus holzbrettern und stöckern ja demnächst erstmal werden uns jetzt hier drei wolle besorgen und ein bett bauen wir gleich hier hin so 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 stein axt holz besorgen welchen baum ich denn gerade hier schon mal ist auch egal das wäre gelacht dann bauen wir uns klar ich brauche doch erst getreide damit ich die kühe überhaupt überhaupt anlocken kann raus 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 Samen haben wir schon mal Essen bleibt hier du kannst raus dich brauche ich nämlich für eine Dingens für einen Erfolg der auch gleich hier schon irgendwo sein müsste heiß angelegen bau einen ofen aus acht was ist der fertig ne ist er nicht scheiße scheiße egal los mehr Seeds mehr Seeds was wir aber machen müssen können ist wenn wir doch jetzt zack zack ha ha gut dann werden wir hier unten mal eben bisschen Weizen an Weizen wo sind die Seeds was ist da das hätten wir auch was wieso liegt hier verrottetes Fleisch kam da gerade etwa ein Zombie aus dem Wald gelaufen und wollte mich snacken hm man weiß es nicht äh 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 habe ich irgendwas ja habe ich ich kann die Spitzhacke verbrennen was aber nicht reichen wird wir tun die Stöcke noch mit rein das reicht doch nicht äh das reicht doch nicht äh ja wir könnten uns gleich mal was was hatte ich nicht eben schon mal irgendwo ne da raus das Brot kann mit äh echt jetzt sammeln nicht so ein was wollte ich gerade sagen wir könnten uns langsam mal auf den Weg machen nach unten äh und Eisen suchen und Kohle wie weit kommen wir denn hier runter vom Feld fangen wir da an uns anzupuddeln ja ich glaube schon ja ich glaube schon ich hätte mir ne Schaukel machen sollen jetzt aber fackeln hier natürlich auch ganz toll jetzt sehen wir hier zufällig irgendwo Kohle Natürlich nicht. Oh. Kein Glück. Never lucky. Okay. Versuchen wir so erstmal unser Glück mit den vier Fackeln. Auf was für eine Höhe sind wir überhaupt? 60. Haben wir auf jeden Fall ein Stückchen vor uns. Und man findet natürlich nichts. Nichts, nichts, nichts. Nicht mal ein Stück Kohle. Komm schon. Komm schon. Man kann ja auch mal Pech haben, ne? Vielleicht finden wir Diamanten und haben kein Eisen. Letzte Fackel. Wie weit haben wir es denn schon geschafft? 38. 37. Und immer noch nix wertvolles, verbrauchbares. Und jetzt ist auch noch die Spitzhacke kaputt. Halleluja. Halleluja. Sieht wohl so aus, als ob wir uns Holzkohle machen müssen. Erstmal. Die Sonne geht unter. Schlafen. Schlafen. Sehr schön. Keine bösen Viecher unterwegs. Obwohl. Ich dachte gerade, da schickt ein Creeper. Aber das ist nicht, das war Laub. Und wir werden gleich mal da an eine Wende und auf die Berge gucken, ob wir da nicht irgendwo Kuh befinden. So, raus, 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 raus. Gib mir mal. Nein. ja geschlafen haben wir gerade das heißt so erst mal wer gelacht wenn es ja wohl keine kohle gebe es gibt da hinten sehe ich kohle ich bin mir sicher dass ich ein skelett gehört hätte ich mir mal steinschwert bauen sollen ich habe ein steinschwert what the fuck das war doch gerade noch nicht da so jetzt mal gucken wie wir an die kohle rankommen immer noch keine schaufel gebaut da oben ist auch kohle hier ist auch kohle und die ersten zwei level haben wir auch aber die knochen gekriegt von den skeletten hätten wir das getreide ein bisschen hoch züchten können aber nein aber nein au 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 sag mal muss das sein es kann auch ins auge gehen sowas bing bum baff buff ja schon ganze vier level da wo doch mal hier waren noch mal kohle ups juhu fünf level sind voll ja endlich haben wir kohle bis zum abwinken das gibt jetzt erstmal ein stack fackeln und in der nächsten folge werden wir dann weiter richtung grundgestein und hoffen dass wir eisen finden so holzkohle hatten wir ja auch gemacht jetzt geht mir aber langsam geht das schon los holz raus so so die restliche kohle kann im ofen äh die hake kann raus äh eine schaufel werden wir uns auf jeden fall noch machen ähm moment mal fackeln spitzackel schaufel schwert ja das ist doch eine schöne reihenfolge ähm wer juckt es hier unter dem bügel vom kopfhörer äh äh und was zu essen müssen wir uns auch noch mal organisieren jetzt demnächst und schon mal ein gehege bauen für die kühe bauen wir das direkt hier unten ich denke schon und ich denke dass wir das auch in der nächsten folge tun werden wir bauen da die schicht erde komplett weg und bauen hier so ein gehege hin weil die kühle hochlocken habe ich keinen bock zu gut leute ich denke das wäre es dann auch gewesen für die erste folge irgendwas weiteres anfangen wäre jetzt blöd und ja denke ich zumindest mir fällt gerade zumindest nichts ein was man noch machen könnte und ja wir werden uns dann wohl in der nächsten folge sehen leute bis dahin und und ja